Wir haben das letzte Mal einen heldenhaften Sieg errungen und zwar in der Quest-Schlacht um die Krone der Clown. Das letzte uns noch fehlende Item von Mutter Ostankia. Ostankia, Entschuldigung, ich kriege den Namen bis heute nicht auf die Kette, ich weiß auch nicht, bitte entschuldige das einfach. Wir haben immer noch keinen Talisman, oder? Ich kombiniere deswegen jetzt hier mal ein paar Items. Natürlich bekomme ich jetzt das Gauner Scherbe. Der Rubin-Ring der Zerstörung, den finde ich auch nicht so geil. Endlich mal ein Talisman, leider kein guter, aber Hauptsache wir haben mal einen. Sie hat noch gar nichts, ihr gebe ich jetzt mal die glitzernde Schuppenrüstung, die wir gerade eben bekommen haben. Ja, dann halt das Gauner Scherbe, bis mir was Besseres einfällt. Verzaubertes Objekt, flügelflugreif ist auch besser als schlicht, oder die, oder warte mal, die Balalaika hier. Oder kann die, warte mal, kann ich die Balalaika? Ne, das ist ein verzaubertes Objekt. Dann nimmst du das, weil das gibt hier nochmal Nahkampfangriff und Abwehr in einem direkten Umfeld. Das finde ich sehr, sehr cool für diese Ungol-Hexe. Entschuldigung, jetzt sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet und die Spinnis sind der Wahnsinn, also vor allem die großen Spinnen. Ähm, die sind natürlich auch doppelt so teuer wie die kleinen, aber ohne Witz, also die, das Unheil aus den Wäldern ist der absolute Knaller. Das, das, da, da hab ich richtig Stierzentauern-Vibes, ich sag's euch. Das ist, das ist so richtig Stierzentauern-Feeling. Ähm, das Problem ist bloß, ich kann mir keine weiteren teureren Einheiten leisten, weil ich mir jetzt gerade eben die hier geholt habe. Okay. Ich glaube, ich baue den Außenposten bei den Zwergen dahin. Vielleicht bekomme ich am Ende sogar noch Zwergeneinheiten. Wäre witzig. Äh, wir bauen... Ich will, dass wir jetzt hier Wachstum machen. Wachstum, Wachstum ohne Ende. Damit wir das Verlorene schnell wieder aufgebaut bekommen. Alleine aus finanziellen Gründen müssen wir das machen. Mehr Führerschaft in eigenem Territorium. Also bei Verteidigung. Mehr Bewegung und... Auf der Kampagnenkarte und Geschwindigkeit für unsere Lauerer. Ähm, welches Item haben wir denn beim letzten Mal bekommen? Was war es, das hier? Bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon eine Menge Möglichkeiten hier. Nachfolge der Agonie. Schaden 50 bis 100. Streureichweite 30 Meter. Wirkt sich auf Verbündeten Reichweite aus. Maximal 3. Springt auf Verbündete innerhalb der Verbreitungsreichweite des Betroffenen Einheit über. Wie oft macht es das? Egal, wir müssen erstmal das hier wieder aufbauen. Das sichert uns die ganze Zeit die Siege. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt wieder genügend Punkte. Wir können jetzt das hier machen, Freunde. Den nächsten sekundären Schmuckplatz freischalten. Und dann kann ich schalte die verstärkte Verwünschung feiger Geister frei. Verstärkt Armeen, die jede zweite Runde herbeigerufen werden. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich glaube, wir können tatsächlich einfach angreifen. Oh Gott! Ne, können wir nicht. Hier bricht wieder einfach alles zusammen. Eine Runde zu lange in der falschen Richtung unterwegs gewesen. Und so eine Scheiße schon wieder. Kann ich nicht verhindern, dass... Doch, ich kann dafür sorgen, dass er... Langsamer ist. Er wird bloß wahrscheinlich trotzdem... Ankommen. Das ist das Problem. Ja, ich lasse dich jetzt hier mal oben als Scout. Und jetzt verlieren wir halt leider unsere Hauptsiedlung. Eieieiei. Ganz im Ernst. Ich muss das spielen. Auch wenn wir es garantiert verlieren. Okay. Immerhin haben wir eine relativ gut verteidigbare Position. Die Frage ist bloß, von wo wird er angreifen? Ich will... Mal gucken, kann ich von hier oben... Ne, hier kann ich nicht wirklich runterschießen. Wir stellen uns hier auf. So. Euch so davor. Und ihr deckt den Rücken. Also ihr macht die Nummer 1. Ihr die Nummer 2. Und ihr die Nummer 3. Das Problem ist, dass Kugat uns eventuell zusammenföhnt. Moment. Wir gehen deswegen dahin. Dahin. Und dahin. Ziehen uns also zurück. Seine Artilleriefähigkeit könnte ein Problem werden, dass sie... Oh Gott. Die kommen echt von allen Seiten. Das ist nicht cool. Okay, dann gehst du dahin. Dahin und dahin. Ah ne, jetzt haben sie sich doch entschieden, so zu laufen. Dann sollen wir das Recht sein. Dann geht ihr jetzt da oben hin und schießt runter. Auf die Vorbeilaufenden. Und die Kavalerie kann ich schon mal ein bisschen spähen gehen. Oh Kacke, sie kommen doch. Die schießen hier irgendwie auf so gut wie gar nichts. Ich brauche eines von diesen Viechern hier, sonst geht hier gar nichts. Ich muss die jetzt halt einfach irgendwie binden. Okay, let's go. Es war wichtig, dass ich die jetzt hier abgefangen habe. An Kugas kommen wir leider nicht ran. So, die sind jetzt schon so gut wie am zerfallen. Ihr stellt euch noch da hin. Du gehst jetzt hier nochmal ein Stückchen zurück. Die Metzeln, die auf jeden Fall gut zusammen. Ach Kacke, ich brauche euch jetzt hier. Sonst wird das hier eine Katastrophe. Es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele. Boah, abgefangen. Okay. Du drehst dich jetzt hier noch mit ein. So, schießt. Ja, die drücken rein wie die Kälte. Das waren einfach zu viele und meine Aufstellung war nicht gut. Den Schuh muss ich mir leider anziehen. Lasst es mich nochmal probieren, Leute. Sekunde. Es ist einfach zu wichtig, dass wir das Ding halten. Und deswegen werde ich jetzt einfach versuchen, die Situation hier aufzuhalten. So, zack. So, also ihr macht jetzt hier die Nummer 2 und bleibt hier stehen. Ihr. Stell euch da dahinter. Macht die Nummer 3. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Und alles was du tust, ist gucken, ob da hinten einer kommt. So, und das soll jetzt hier der neue Plan sein. Du gehst hier hin. Du da. Und da kommt auch schon was, wie man sieht. Weil wenn wir es schaffen, die hier fertig zu machen. Bevor die anderen ankommen. Dann sind unsere Probleme weitgehend gelöst. Ich zögere es absichtlich heraus anzustürmen. Du gehst jetzt hier auf die andere Seite. Zum Glück ist Nurgle langsam. Das ist der Teil, den ich an Nurgle mag. So, jetzt guckst du, dass du hier wieder rauskommst. Weil die sind jetzt so gebunden. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ne. Also ihr seht, die haben wir es hier schon ordentlich vernichtet. Okay. Feind kommt von hinten. Jetzt rede ich mal um. Die Korsasen müssen jetzt da hin. Die sind ihr müsst jetzt da hin. Du chargst jetzt den hier an die Seite. Aufstellung beziehen. Ich wundere mich, dass die gerade... Ach, das sind solche Hüter. Ja, die sind ein bisschen stärker. Die sind ein bisschen... Oh Gott, da kommen noch mehr Probleme. Da kommen noch ein paar weitere Probleme auf uns zu. Leider können wir sie ja nicht in die Flucht schlagen. Wir müssen sie halt komplett töten. Dreh dich ein. Dreh dich ein. Nee, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich sag's euch. Die ziehen sich hier irgendwie wieder zurück. Okay. Ah, da kommen sie jetzt doch. Aber wir haben, glaube ich, niemals genügend Pfeile. Nie und nimmer haben wir genug Pfeile. Um all diese Probleme hier zu lösen. Also selbst wenn wir jetzt Kugas himself totschießen könnten. Haben wir nicht genug Pfeile. Hier geht nochmal raus. Leider sammeln die sich nicht mehr. Die kommen einfach hier nicht raus. Und ich weiß nicht warum. Weil eigentlich brauche ich die jetzt da drüben. Okay, ihr geht jetzt schon mal auf Kugas schießen. Ihr dreht euch in diese Richtung um. Hier geht es nämlich genügend Ziele. Wir müssen noch auf die da schießen. Da einschießen. Ich fürchte immer, dass alleine Kugas zu stark ist. Wo rennen die denn hin? Ich habe echt Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, was sie da treiben. KI tut KI Dinge. Könnte ich dazu bloß sagen. Du gehst nochmal ein bisschen näher ran. Du gehst nochmal ein bisschen da hin. Und du gehst nochmal ein bisschen da hin. So, totschießen, totschießen und totschießen. Mein Problem ist, ich kann nicht mehr so viel schießen. Die zerfallen jetzt hier schon. Feuer frei auf den Kultisten. Aber ich glaube, selbst das wird nicht möglich sein zu gewinnen. Alleine deswegen, weil es die Munition ausgeht. Alles, was noch schießen kann, soll noch nicht im Nahkampf sein. Aber ja, also. Wir haben viel versucht. Aber nicht alles geschafft. Und er hat einfach noch zu viel auf der Pfanne. Ich muss meine Niederlage einsehen. Verdammt. Das einzig Gute ist, dass ich Geld auf der hohen Kante habe. Das brauche ich jetzt auch. Um das jetzt hier zu überleben. Tja, wollen wir zum Land beten oder zum Himmel beten? Die Lehre des Eises interessiert mich nicht. Dann beten wir natürlich zum Land. Ja, ich habe meine Hauptstadt verloren. Ich weiß, ich weiß. Wir haben ein neues sekundäres Schmuckstück jetzt hier freigeschaltet. Jetzt können wir vielleicht neue Sachen miteinander kombinieren. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, das hier mal mit reinnehme oder das da? Was ist, wenn ich jetzt das mal mit reinnehme? Ach, dann gibt es einfach noch weitere Zusatzeffekte oder sowas. Oder gibt es... Hm. Ja, ich kann einfach nochmal noch bessere Varianten erstellen. I see. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel gelb und weiß hier reinnehme. Aber ich möchte zum Beispiel auch, dass der Feind noch zusätzlich, keine Ahnung, weniger Rüstung hat. Dann kann ich diese Variante jetzt hier sogar noch weiter dazu benennen. Also kann ich diesen Zauber jetzt direkt hier herstellen. Und ich kann ihm auch noch... Wow. Dann werden die halt noch schneller müde. Oder wir machen einfach... Ah, nee, das geht nicht. Selbe Kategorie. Deswegen geht's nicht. Bin ich ja mal gespannt, ob mir das nachher noch angezeigt wird. Yikes, kann ich dazu nur sagen. Yikes. Ja, und natürlich ist der jetzt hier instant schon wieder da. Äh... Ich hab nicht genügend Punkte für das. Also ich... Ganz im Ernst, ich muss mich jetzt um Kugas kümmern. Einer von beiden muss jetzt vernichtet werden. Sonst fliegt mir hier der gesamte Laden um die Ohren. Baukosten für Gebäude des Heiligen Gehölzes. Ja, toll. Heiliges Gehölz. Können wir gerade eben kreuzweise... Ich kann's euch sagen. Ähm... Ich mach's trotzdem. Das ist alles nicht toll. Ich werde hier kein weiteres Geld reinstecken. Gegen irgendeinen Dämonen muss ich jetzt endgültig zu Felde ziehen. Und Kugas ist der, den ich schneller töten kann. Du kleiner Miesling. Ja, guck mal. Die ganzen Boni sind jetzt hier mit drin. Krass. Oder in dem Fall eher Mali. So. Hauptstadt gehört wieder mir. Natürlich ist das Ding... ...völlig im Eimer. Das ist... Das ist eine Katastrophe. Ähm... Ne. Wir sparen uns Wachstum. Ich will auf jeden Fall... ...die Spinnen hier rekrutieren können. Oder? Ne. Eigentlich will ich das woanders machen. Aber ich... Ja. Ich geh jetzt einfach mal ganz, ganz großspurig davon aus. Wir verlieren keine weiteren Einheiten. Also gehen wir jetzt mal auf Wachstum. Das muss unser Ziel sein. Wir verlieren jetzt einfach keine weiteren Einheiten. Was soll daran so schwer sein? Außer alles. Äh... Du nimmst jetzt hier noch Occams Gedankenskalpel. Ne, das ist ein Buff. Mach ich auch noch Andra hier das Fluch. Weil Andra hier das Fluch jetzt hier... Normalerweise 42 Sekunden. Wenn der so lange dauert... ...hundert Prozent länger... ...dann ist da Schicht im Schacht. Erdung. Und der steht jetzt halt schon wieder bei der Stadt, der Splitter. Sag mal, hast du nichts anderes zu tun, Junge? Offensichtlich hat er nichts anderes zu tun. Er hat offensichtlich keine anderen Feinde. Und ich werde auch keinen Frieden mit denen hinbekommen. Bleibt also nach wie vor eine knüppelharte Kiste hier. Tja. Und jetzt hat er halt auch schon die Erhabenen, ne? Wer sind das? Die Bluttruller? Lustig. Du hast auch nichts Besseres zu tun, als mich zu knüppeln? Also, das ist mir langsam aber sicher ein bisschen zu viel der Ehre. Langsam aber sicher ist mir das zu viel der Ehre, ich sag's euch. Ja, jetzt werden wir als nächstes die Siedlung wieder verlieren. Also, wie gesagt, mein Ziel muss es sein, jetzt hier runter zu marschieren. Du gehst jetzt hier wieder runter. Tja, Ursons Plan scheint hier so seine Lücken zu haben. Vielleicht wäre es besser, wenn ich einfach abhaue. Aber ich möchte mal eine coole Siedlung haben. Ach, guck mal, jetzt ist sie hier. Sie wird Charakterum nehmen und die Zwerge damit fertig machen. Krieg ich dich? Ich krieg die Siedlung. Das ist ja auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich hier mal das Land reinigen. Gesang der Reinigung. Weg ist es. Das Elend. Ich stelle mich absichtlich raus, damit ich nicht belagert werden kann. Spirits, ich sehe. Hm. Mehr Kontrolle. Das bringt mir halt echt nicht viel. Noch mehr Kontrolle zu haben. Es bringt's einfach nicht. Ähm. Was mir was bringt ist, noch mehr magische Reserven zu haben. Hilfe ist immer immer gepräscht. Also, ich muss sie jetzt bekämpfen. Die ist jetzt auch noch hier. Truppen auffüllen, ihn in der Armee haben, wäre übrigens nicht mal dumm. Vor allem, weil wir jetzt hier schon sehen, dass er jetzt hier schon vorbeikommt, ne? Ja, da ist nichts zu machen. Das werden wir alles verlieren. Ich kann versuchen, das jetzt hier noch irgendwie aufzubauen. Ich meine, irgendwas muss ich aufbauen. Ja, hi, diddly ho. Also, ich möchte dann doch mal gucken, wie sie sich schlagen. Und ich, äh, sorge mal dafür, dass die hier nicht mehr wirklich viel bewegen. Hi, 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 hi. Okay, Freunde. Wir haben jetzt tatsächlich dann doch ein bisschen härtere Ausgangslage, als das Spiel mir gerade eben am Anfang weiß machen wollte. Was ich interessant finde. Wir bleiben hier oben. Ihr macht die Nummer 2. Lauft nicht davon. Ja, wobei, wir könnten... Ja, wir bleiben hier hinten so. Und euch stellen wir auf die Nummer 3. Hier geht da hin. Das sind die Cornies jetzt hier, die hier kommen. Und Mutter Trulinchen hier auf der anderen Seite ist halt verdammt gut im Nahkampf, was mir halt echt Sorgen bereitet. Mhm, 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 mhm. Ich werde den Angriffsbefehl geben. Sobald sie in Schussreichweite sind. Jetzt. Es geht los. Das ist ein Problem, die Flanke jetzt hier. Sie bekämpft jetzt hier direkt natürlich Mütterchen. Was ich grob unhöflich finde. Aber wir setzen uns offensichtlich durch. Ich verschlechterne mal deine Nahkampfleistung. Und das dauert jetzt hier halt echt lange. Mataustankia geht jetzt mal aus diesem Nahkampf raus, wenn sie darf. Ja, wobei doch... Ihr geht da noch hin. Wir haben jetzt halt hier die Flankierung. Die ist problematisch. Der macht irgendwie gar nichts mehr. Der kann man... Oh, nee, Chaos Krieger mit Hellebaden sind schlechte Gegner für die Jungs hier. Cool, die sind jetzt auch da. Ja. Ey, ihr müsst jetzt hier raus, sonst sterbt ihr. Wir können es uns nicht leisten, auch nur eine Einheit zu verlieren. Raus, 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 raus aus dem Nahkampf. So, hier rüber. Selbiges Problem hier. Nein, die sind weg. Scheiße. Das ging zu schnell. Das ging mir zu schnell, Freunde. Den Rest haben wir easy gewonnen. Du musst raus und vor allem weg. Und du musst auch raus, weil dich kann ich nicht mehr nachproduzieren. Ich habe einfach zu viele von denen verloren. Autsch. Oder ich habe mich verguckt und habe keinen einzigen davon verloren. Ja, ich nehme tatsächlich die Verlustverstärkungsrate. Und jetzt haben wir Tati die Blutkönigin hier besiegt. Der ist tot. Valkia besiegt. Sehr, sehr praktisch. Die Balalaika der Arari nochmal bekommen. Und ein neues Schmuckstück erhalten. Hm. Das war das jetzt hier. Ermöglicht Flammenattacken. Also, wir basteln wieder das hier zusammen. Schwäche gegen Feuerschaden ist mir relativ egal. Aber ich finde diese Kombination. Megaphysische Resistenz. Angriffsbonus. Hm. Das finde ich eigentlich ganz nett. Okay, also die ist jetzt ziemlich fertig und sie zerfällt jetzt hier auch schon. Ich könnte halt echt mehr Verlustverstärkungsrate gebrauchen. Ich glaube, wir machen jetzt hier nochmal die beruhigende Gegenwart. Dass wir noch weniger Verschleiß kassieren und mit der Zeit einfach noch mehr regenerieren. Ähm. Oh, die Arcane Kanalisierung. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, die wird jetzt hoffentlich zerfallen mit der Zeit. Die ist halt bis hier ran marschiert, ne? Krasse Nummer. Wir könnten sie noch jetzt hier endgültig vernichten. Ich mache das aber selbst und nicht berechnend, Leute. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Die müssen jetzt bloß hier ankommen. Und die werden kommen. So, dann fangen wir mal an zu ballern, Freunde. Angriff. Hier geht er oben hin. Valkia hat, so wie es aussieht, ihre Lektion noch nicht gelernt. Das ist ganz offensichtlich. Ja, sie hat leider immer noch tausend Lebenspunkte. Das war's mit denen. Das... Hä? Wie, 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 wie kann das sein? Die ist doch... Äh, ich bin gerade irritiert, dass die mit voller Moral flieht. Okay, ich muss nicht alles verstehen in dieser Welt. Was Sugar Daddy Corn dazu bloß sagt, frage ich mich. Na gut. Haben wir sie geschlagen, Freunde? Jetzt muss ich ihn wieder schlagen gehen. Es bleibt ein Elend. Na, ich muss verhindern, dass er dann hier das hier erobert wieder. Das darf einfach nie wieder passieren. Und wenn ich ihn geschlagen habe, gehe ich nicht da hoch. Dann gehe ich wieder dahin. Wir überwachen das Ganze jetzt hier bloß so ein bisschen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Hoffentlich mit Erfolg, Freunde. Ich sag's euch. Macht's gut bis dahin. Tschüss und Ade. Tschüss. 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 Tschüss.